Hey, hier ist der Fabio von Buried a Liar und wir haben uns was für euch überlegt. Dadurch, dass wir in den letzten Monaten leider keine weiteren Shows spielen konnten, aufgrund von der allgemeinen Corona-Situation, da einfach alles abgesagt wurde und wir jetzt auch nicht wissen, wie viele Shows wir in diesem Jahr aufgrund dieser ganzen Schutzmaßnahmen spielen werden, haben wir uns überlegt, dass wir eine Art Contest mit euch machen. Und zwar geht es dabei um ein Vocal-Cover unseres Songs Get It Done, featuring von Scylla von Attila. Da findet ihr auf unserem Kanal, verlinke ich euch hier oben und unten in der Videobeschreibung, das offizielle Lyric-Video zu dem Song und falls ihr Lyric-Videos nicht kennt, das quasi Musik-Video rein mit dem Text des Songs, ähnlich wie Karaoke. Und so könnt ihr wunderbar den Song quasi mitschauten, mit Screamen, wie auch immer und habt immer den Text eingeblendet an der richtigen Stelle, könnt so den Song üben und die Leute, die daran teilnehmen wollen, laden dann das Video auf YouTube hoch mit dem Titel Vocal-Cover, Burry the Liar, Get It Done und da schauen wir uns natürlich jedes Video an. Ich schreibe euch auch nochmal in die Videobeschreibung, bis wann ihr die Möglichkeit habt, an diesem Contest teilzunehmen und was kann der Gewinner dieses Contest gewinnen? Einen Tag bei einem unserer nächsten Shows, im September haben wir eine Show, hoffentlich in diesem Jahr noch mehr und den ganzen Tag heißt, du bist mit uns am Venue, Backstage, kannst mit uns Soundcheck machen, die Show angucken und so weiter und sofort mit ins Video zu der Show, sprich Bandvlog, Fotos machen wir und so weiter. Einfach mal so hinter die Kulissen führen, wie läuft so eine Show ab von einer Band. Normalerweise sieht man das ja immer vor der Bühne und den Gewinner nehmen wir mit hinter die Bühne und auch gerne mit auf die Bühne. Also, wir freuen uns über jeden, der teilnimmt und sind sehr gespannt. Also, haut rein, viel Spaß!